Hmm, mir fällt gerade ein, ich habe ja gar nichts von unserem Herrn Teamkollegen aufgeschrieben, zwecks Zeit, weil, ja, weiß auch nicht. War zu sehr mit was anderem beschäftigt, mit Wagen angucken und überhaupt und mich freuen über Sachen und ja, sowas halt. Obwohl mindestens eine Zeit hat er im Training richtig hingelegt. Mindestens, bin ich mir sicher. Unsere Bestzeit 25,9. Das ist gute 14 langsamer als in Saison 1. In Australien mit den roten, Entschuldigung, sogar noch mehr. 25,2 sehe ich gerade und wir hatten eben 25,9 auf den roten. Naja, mal gucken, wo die Reise im Qualifying hingeht. Mehr als Q2 darf es nicht werden und ich denke, mehr wird es auch nicht, aber erst einmal, hallo da seid's. Und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von Australien, das Qualifying in Melbourne. Geschätzt stehen wir laut Qualifying Tempo Programm oder laut Ziel stehen wir da auf der 17. Mal gucken, wo wir uns hin verfrachten. Jetzt soll es noch trocken sein, später dann nicht mehr. Ein paar verzwickte Stellen. Na, jetzt noch trocken, später im Rennen dann am Ende Nässe. Ändert aber nichts an der KI-Fahrerstufe, denn ist ja bloß eine Regenwolke. Erst bei zwei mache ich da eine Veränderung. Zwei bis drei, die erste Abstufung und dann vier oder mehr die zweite. In der letzten sehr langen Folge gab es auch mal eine sehr lange Wartezeit hier und ich hoffe, das passiert jetzt nicht. In der letzten Folge musste ich wegen, bitte warten, das Spiel neu starten, weil es einfach nicht fertig geworden ist. Aber das scheint hier anders zu sein. Ach, ich mag den Albert Park mitten in der Stadt. Aber es ist halt ein Park. Einfach toll. Schmutziges Auto, Jeff. Das Alcatel-Logo habe ich übrigens auch selbst in Anführungszeichen entworfen, nachempfunden, abgepaust. Und da gab es auch nur Pixelbrei, weil haben sich ja 2006 aufgelöst. Und da liegen immerhin 15 Jahre dazwischen. Oh, der Teamkollege fährt los, ich höre das Auto in den Renault-Motor. Wir können doch nicht los. Alles fertig. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe das Lenkrad schief stehen. Mist. Setup müsste passen, wenn sich nichts verstellt hat. Ich gehe sicher jetzt aber lieber nochmal raus, denn es ist das erste Rennen. Ab ins Hauptmenü. Und gleich wieder rüber. Mist. Wieso ist denn unser Jaguar jetzt auf einmal auf der 1? Also, warum ist der... Blau, warum ist der Weg blau? Ja. Ach je. Das ist aber viel Schwarzbild. Okay. Ich konnte zwar runterdrücken, aber es war ganz schön lange viel Schwarzbild. Scheint richtig zu sein. Auto-Einstellungen. Auto-Einstellungen. 6-4 genau. Das Ziel ist, Chor 1 überstehen, Chor 2 erreichen, aber nicht über Chor 2 hinauskommen. Wie stark sind die Teile jetzt schon abgenutzt? 7% wenn ich das mit dem Jaguar vergleiche. Okay, Batterie 100%, aber kein gelber Balken. Das ist mir gerade sehr auffällig ins Ohr geküpft. Wie ist das denn, Jeff? Kein gelber Balken da, aber 100%. Hm. Wenn ich da an den Jaguar denke, der hatte ja am Ende top ausgebaute Strapazierfähigkeit. Da ging das extrem langsam. Naja. Und es ist der Renault-Motor hier. Jeffs sehr leise. Okay, geht in Ordnung. Ich denke hoffentlich mal generell auch der weiße Balken ist gerade nicht da. Ich denke mal, das wird sich mit der nächsten Stadtsziellinnenüberfahrt sich ändern. Ich brauche doch Anzeigen auf Lenker, aber da haben wir ein Elektronikproblem. Elektronikprobleme gab es auch im Grand Prix 2. Also nebenbei. Gefällt diese Abstufung halt nicht beim Strom. Entweder heiße Runde oder kein Strom, das ist so bescheuert. Ja, da, da haben wir was. Balken. Na toll, da fährt jemand raus. Ich bin mir unsicher, was der macht oder eben nicht macht. Nehme ich Platz. Entweder fährt er recht schnell oder ich viel zu langsam. Den müssen wir es nicht so wirklich näher gekommen. Das war dann. Das war dann. Ich fahr gleich schnell weiter. Er kommt nicht rum. Sehr schön. 13 Hände gewonnen. Und auch schöner. Etwas zu viel gebremst. Etwas ist gut. Das war recht viel. Das wäre beinahe zu viel Randstellen innen gewesen. Jetzt sind wir dem Alphatoriumweg, weil er von Haus aus schneller ist. Komm schon, dass der eigene Bestand. Dreizehntel dann doch schneller. 1,6 Tankung, das ist zu wenig. Auch noch zu früh gebremst, aber später als letzte Runde. Viel zu lange kein Strom verwendet. Zu spät gebremst. Sprit könnte doch passen, dann räumen wir halt nächste Runde rum. Und dann räumen wir halt hin. 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 Keiner hinter uns Box ist top Oh, ist das der Fahrer hinter uns? Der Blaus ist ein Redboater Die letzte Runde lag bei 1,24,5 Hm Das ist ein Redboater Jetzt habe ich nicht zugehört Update beste Runde Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 24,5 24,5 Wir sind nochmal einen Ticken blauer als der Redboater Auf der Streckenkarte Stärktes Teamkollege, zwei Plätze hinter uns Er ist auf Rang 13 Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,25,2 17 Plätze in den Runden Auf dem Papier ist er auch der deutlich langsamste Fahrer Das heißt deutlich Der Tempowert ist gar nicht so schlecht bei ihm Aber das Gesamtpaket Was ja bei Mick jetzt auch nicht so überragend war In der letzten Saison Tempowert ist ja, wie es doch für andere Fahrer gehört Am erstmal wichtigsten Sowas wie Konstanz Wo und Ob das und Eher denke ich mal Wie das genau hier Wo einfließt Wo wie Weiß ich nicht Konstanz und Schnelligkeit Sehr wichtig Aber du kannst noch zu konstant fahren Wenn du Arsch langsam bist Dann bringt dir das auch nichts Boxen Stop Also komm nach dieser Runde rein Fahr nach dieser Runde an die Box Andersherum bringt es ja auch nicht Wenn du der Allerschnellste bist Und nur jede zehnte Runde so schnell bekommst Die Teilabnutzung Das wird echt ein Schrecken Halt, wir müssen sparen Wir müssen so Deswegen müssen wir so langsam fahren Boah Ich hör auf Hier ist der schon gut Ein bisschen abgeschnitten Der Drache Ah, jetzt wird er unscharf Ja, zugegeben Der Platz da Für den Drachen Und hier Für die 96 Der ist nicht groß Da sind nicht viele Pixel Trotzdem sieht das Immer viel schärfer aus Auf Photoshop Als es hier im Spiel aussieht In den anderen Teilen Ah, das ist Relativ vergleichbar scharf Aktuell auf der 14 2-0 2-0-2-0-2-1 Rückstand Auf die Bestzeit Der ist ja schon 2-4 Der Roma Alesi sogar 9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 wie beim MIG zu Beginn, Stand jetzt. Ich werde auf jeden Fall nochmal rausfahren. Wobei, ich gucke erstmal, 7 Minuten 30 noch auf die Uhr. Auf der Strecke ist gerade niemand. Ich gucke mal kurz Strategie der letzten Saisons, insbesondere der ersten. Saison 1, Rot-Gelb, Rot-Gelb, Rot-Gelb. Bestimmt, die ersten beiden Saisons war es so, dass ich mit den Reifen generell zu kämpfen hatte und die tendenziell mit den Weißen gefahren sind. Musste ich aber auch gewissermaßen, weil überholen ist hier schwierig und mit einem schwachen Motor nochmal umso schwieriger. Also ich brauche einen frischen roten Reifensatz im Rennen. Ob jetzt beim Start oder später. Mal gucken. Es wird im Rennen nicht einfach. Ich überlege mir gerade, gelbe Reifen beim Start oder rote beim Start. Vorteil, rote beim Start. Wir werden nicht ganz so einfach gekascht, weil ich habe im Hinterkopf, der Renault-Motor ist nicht so schnell. Wenn ich noch auf gelben fahre, werden wir vielleicht nach hinten durchgereicht. Andererseits könnte es nicht schaden, die roten am Ende des Dienstes zu haben, wenn die anderen mit weißen fahren, damit wir, weil wir halt so einen schwachen Motor haben auf einer Strecke, wo man nicht so einfach überholen kann, einen gewissen Vorteil haben, um dann doch überholen zu können. Hm. Naja, erst machen wir hier noch zwei Reifensätze. Einen werde ich noch verwenden. Dreizehntelunterschied, oder? Hör doch, bevor wir hier ausscheiden. Dann kann ich aber im Rennen eigentlich keinen mehr verwenden. Oder ich verwende den, aber die Reifen, die gehen mir, wenn ich hier im Rennen rot und gelb fahre, sehr gut aus. Ich meine, ich kann mich noch gut an die ersten beiden Saisons erinnern, als wir am Ende des Rennens die Probleme bekommen haben, weil, ja, die anderen halt doch schon schneller waren. Ich muss mit frischen Roten ins Rennen gehen. Also entweder jetzt mit den Reifen nochmal probieren, die wir jetzt probiert haben und schneller fahren, oder die Roten, dann muss ich halt nochmal verwenden. Ich glaube, letzteres, denn ich ziele auf eine Runde ab jetzt und eine Runde mit dem gleichen Reifensatz dann in Q2. So machen wir es. Dann werden wir hier auf 5 Kilogramm gehen können, denke ich, hoffe ich. Die Runde ist ja relativ kurz angesetzt. Klingt schon cool. Unter den gegebenen Umständen, ne? V6 und so. Elektrogramm. Krasenmeergeräusch, Auto. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen. Also versucht, da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Das ist ja mit dem Wagen auch mal, wenn er unter Tourisch fährt. Ich finde, dieses Runterschalten klingt auch böse. Unter den gegebenen Umständen, ne? So, jetzt kann ich so langsam mal Gas geben. Na, 2,2 Tankrunden mache ich locker, wenn wir vorhin 1,6 hatten. Aber einfach nochmal schmutzig machen ist nicht so cool. Freifahrt, sehr schön. Oh, Spang. Spang. Das war die Wiese. Boah, nochmal sieben Zehntel. Wo kommt das denn her? Aktuell wäre das K3. Puh, das kommt jetzt überraschend. Hab jetzt nicht so auf die Delta-Zeit geguckt, hab mich auf den Wagen und die Strecke konzentriert. Aber im letzten Sektor haben wir auf einmal aufgedreht. Im Vergleich zur Bestzeit davor. Gucke ich mir dann im fertigen Video nochmal an. Aber zuvor waren es so zwei Zehntel zu Beginn des dritten Sektors und auf einmal eine halbe Sekunde mehr. 23,8 ist also praktisch auch wieder zu fahren. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Mal gucken, ob ich zwischen den Folgen mal nachgucke, was wir mit dem Jaguar an Bestzeit in Saison 1 hingelegt haben. Schlimmer als die Tile abnutzung. Noch schlimmer wäre es, wenn die Tile wirklich stärker abnutzen würden als die Reifen während eines Stins. So. Pro Renn. Ja. Eine neue Vollmontur. Von der Antriebseinheit. Weiß nicht, wo der Herr Hintermann gerade ist. Ob auf der Outlip oder heißen Runde. Oh, das war der Teamkollege. Schnell weg. Okay, beende. Dann können sie jetzt noch auf der Steinrunde sein. Alesi habe ich leicht behindert. Das war nicht gut. So, jetzt schnell rein. Aktuell sind wir jetzt 10 Tage. 0,3 Tankgrund noch dabei. 0,3 Tankgrund noch dabei. Wie das einfach unscharf wird. Es war ja vorher nicht wirklich richtig doll scharf. Aber das jetzt wieder. Dann ändert das auch noch hin und wieder sein Schärfegerad. Coutmasters, Coutmasters, Coutmasters. Sieht jetzt gerade lila aus, die Teambekleidung. Sieht komisch aus. Am Ende auf der 10. Der Teamkollege ist ausgeschieden. Kimi auf der 17. Dann kommt Grandjean. Alesi, schlechtester Franzose. Giovinazzi, Russell und Latifi. Aber statt Platz 19 finde ich gut. Knapp vor Giovinazzi. Eine Zehntel dahinter. Russell und Latifi wieder irgendwo um nirgendwo. Der war ja schon hin und wieder ein gutes Eck langsamer als de Vries. Und Russell ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als de Vries. Und deswegen dicker Abstand. 23,8 merken. Aber platztechnisch bitte nicht wiederholen. Wir haben zwei Reifensätze verwendet. Das haben jetzt nicht so viele gemacht hier um uns herum. Aber da hinten ab Platz 15 dahinter alle. Das ist schön. Wäre auch komisch, wenn das nur die Minderheit gemacht hätte da hinten. Wir fahren mit den gleichen Reifen nochmal raus. Und nehmen halt nur eine Runde Sprit mit. Ja, gehe ich halt mal aufs Risiko. Da warst der Wagen dann noch sehr leicht. Wenn ich jetzt verkacken sollte die nächste Runde, dann muss ich nochmal reinfahren. Nochmal mit den angefahrenen Reifen nochmal raus. Uiuiui. Dann nehme ich doch lieber ein Kilogramm mit zur Sicherheit, falls ich die Runde früh abbreche. Ne, die hätte ich gerne nochmal. Jetzt dürfen wir mit den Reifen aber auf keinen Fall weiterkommen. Wenn du Zeit rausholen willst, denk daran, dass die Ausfahrt aus der Kurve wichtiger ist als die Einfahrt. Geh langsam rein, schnell raus und gib gleichmäßig Gas. Los! Nice. Die Reifen jetzt nicht hart ran nehmen. Gegen Ende der Runde, klar. Müssen die auf Temperatur sein, aber jetzt zu Beginn ist das noch absolut unnötig. Das Denton ist auf jeden Fall ein Red Bull auf der Streckenkarte, weil der Teamkolleger schon raus ist. Tipps auf jeden Fall Das war nicht so gut. Ich kapalte mal... Du hast keine Tech- لوchen acesso, wenn Du kam einfach an. Deine Khôngигр' Reifen jetzt nicht. Rechts, weiß Storst users. Gemme Anmer Informator, please gehen nichtوعier mit den Reifen ab Cassinoff. Die Strecke um uns herum ist frei, der Vordermann ist eh schneller als so. Dann machen wir mal. 24.1 wäre gut, damit kommen wir auf jeden Fall nicht weiter, hoffe ich. Dann muss der vom Gas gehen. War zu weit in. Und der brechen, damit wir nochmal fahren können. Zum Glück habe ich das Sicherheitskilogramm mitgenommen, wie ich es so gerne sage. Der Rosene kommt aus der Box. Das wäre bitter, wenn wir mit dem Reifen an den Start gehen müssen. Da hinten kommt wieder was an. Ein Red Bull. Der Mercedes ist hinter uns. Die Strecke ist hinter uns. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ich weiß, Jeff. Warum bist du eigentlich nicht leise? Hupsala. Ich glaube, die wird langsamer als 23.8. Alles andere würde mich doch stark wundern. Aber sowas fahren wir die langsamer. Oh Mann. Kein Sprit mehr. Nochmal rausfahren. Nee. Am Ende fahre ich mit den Reifen wirklich nochmal. Ins Q3. Wie zu dem Sprit. Das wird nicht bis zur Box reichen. Oh Mann. Was für ein Kack. Dass die Runde so schlecht ist. Da ist jemand hinter uns. Nee. Falls du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, startest du nicht im Shootout. Also gib alles. Nee. Ich will ja frische Reifen haben, weil ich habe ja die Erfahrung aus Saison 1 zum Beispiel. Mit Rot und Gelb wird das schon schwierig. Das wird letzter Platz für Q2. Mann, Mann, Mann. 1,4 Sekunden sind ein dickes Brett. Das freut mich überhaupt nicht. Verständlich. 0,0. Noch nicht 0,00. Das ist dann gerade 0,09. Kommt schwarz-gelber an. Okay, er fährt ja nicht nur. Ich sollte vielleicht etwas mehr Abstand lassen zum Hintermann. Ich könnte mir vorstellen, wenn der da so ein langsames Auto sieht wie wir, fährt er generell nicht mit Volldampf in die Koffer rein und vielleicht dadurch schon Zeit. Das ist die Perspektive, wenn ich mich in den Hintermann reinversetze, die mir gerade in den Sinn kommt. Ich weiß gar nicht, ob der Wagen noch Volldampf gibt. Ich glaube nicht. Ich gebe gleich mal Volldampf. Nee. Ist schon im Spar-Modus. Wenn ich Vollgas gebe, kommt nicht viel. Achtung, ich gebe Vollgas. Und zwar jetzt. Wir sind schon im Spar-Modus. Na, letzter. Allerdings ist der Startplatz auch überhaupt nicht gut. Ich fahr mit den Reifen nochmal. Ich habe ja jetzt schon eine Zeit gesetzt. Sagen wir es mal so. Wenn ich am Ende der Runde 1,2 Sekunden schneller bin als die aktuelle Runde, fahre ich sie Volldampf zu Ende. Wenn ich merke, oh, wir haben 1,6 Sekunden Vorsprung auf die eigene aktuelle Bestzeit, dann sollte ich auf jeden Fall lupfen. So machen wir das. Dann nehmen wir uns aber definitiv bloß 5 Kilogramm mit. Reifenauswahl. 10%. Boah, 4 Zehntel langsam. 23,8 plus 4 Zehntel können wir jetzt praktisch rechnen. Ich habe ja jetzt die Delta Zeit für Startzielen. Damit kann ich ja dann gucken, ob ich durchziehen kann oder nicht. Jeff, sei leise. Er ist angekommen. Bestätige. 1,2 Sekunden kann ich durchaus schneller sein. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was die anderen gefahren sind. Da Jeff mir das leider nicht sagt, werde ich mal ganz kurz in die Rennleitung schmulen. 23,7. Ich kann sogar Bestzeit fahren. 1,5 Sekunden. Na, grenzwertig 1,4 kann ich auf jeden Fall fahren. Ich denke nicht, dass ich es schaffe, aber weiß ich mal Bescheid. Knappe 5 Minuten noch. Ich denke mal, wir werden keinen Verkehr haben. So, jetzt werden wir uns jetzt noch nicht für die Karre fahren. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, zu Warnstein Noch eine Zehntel besser, super 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 dann mit einer technischen Stadtplatzierung neue Teile zu bestellen. Das wird es, denke ich, mal ein paar Mal geben können. Und ich habe es nochmal probiert, nochmal einen Platz zu verbessern, das ist immerhin etwas, auch wenn diese 23-8 jetzt hier herumsteht im Raum. Naja, ich habe es nicht hinbekommen, mich mal annähernd, auch wenn die Reifen jetzt schon gut abgenutzt waren im Vergleich. Ja, gleiche Reifen in Q2 am Ende, in Q1, Entschuldigung, zweiter Versuch. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Das zählbare Surren wird schwierig. Sehr schwierig. Mit dem Motor. Jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich mit den gelben starte oder mit den roten. Wenn ich mit den gelben starte, haben wir im Vorteil, gegenüber der Konkurrenz zu Beginn des letzten Stints, wenn die teilweise auch mit weiß fahren sollten. Das Problem mit gelben beim Start ist, wir haben sowieso schon keinen guten Wagen auf der Geraden, dann werden wir noch eher gekascht von denen. Ich glaube, ich werde rot zu Beginn aufziehen. Gucken, ob uns Magnus nochmal beholt. Ja, wollte schon sagen, warum wird er nicht unscharf? Geht doch. G bam, boah, boah, boah. Ich buffe noch. Mir ist ein schlechtester Deutscher bei zwei Stück. Zwölf Sekunden noch. Leclerc ist ausgeschieden. Deutlich hinter seinem Teamkollegen. Vierzehntel. Querdes auch raus. Peres auf der 13. Dann Gasly, dann Vion, dann Magnussen. Wir sind der Einzige, der jetzt keine zwei Reifen verwendet hat. Aber ich will auch freche Reifen beim Start haben. Oder generell fürs Rennen, sagt man es noch so. Aber ich denke mal, es wird eine Rotreifenwahl für den Start geben. Eben weil wir ja keinen guten Wagen auf der Geraden haben. Und dann vielleicht im ersten Stint noch eher überholt werden können. Ach so, Reifenunterschied. Hm. Fünfeinhalb Zehntel von Weiß zu Gelb. Und 1,1 Sekunde zwischen Gelb und Rot. Das nochmal am Rande. Auch wenn jetzt schon etwas spät dran. Aber besser spät als nie. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.